Ja genau! Erstmal den aus der Basen im Torholt, ich spawne da gleich dann drin und dann versuchen wir den von Tali erstmal zu kriegen. Wer fliegt den dann? Den fliege ich! Alleine an Delta, mit dem Tank oder kommt da auch jemand, die Beschützung, weil alleine ist wahrscheinlich schwierig. Bei Delta ist auch noch Fußvolk von uns unterwegs, die springen ab. Jaja, die 23. fliegt gleich mit dem Stave Chat rüber und springt da ab. Alles klar. Aber soll doch ein Tank mit unterstützen? Mhm. Jo. Das L.E.W. von Golf kommt da auch gleich hin. Spawnt nicht jetzt. Also ich nehme wieder den Tank ganz oben rechts. Ja, die beiden oben rechten, das sind unsere. Wie gesagt, Delta. Ja. Hast du das gelesen, ja? Deine tippt Rules ein mit Ausrufezeichen wo er wird gekickt. Nein, nicht gekickt, nein. Terran, live? Ja, ist live. Auf geht's. Terran, Jet. Oh, darf ich gleich? Okay. Ja, du darfst. Ich bin dabei. Da stehen jetzt drei Tanks in der Base-Room, das ist okay, oder wie? Hm. Die durften wir dann aber nicht einfach. An die dritte, ihr solltet eure Tanks mitnehmen. Ja, vielleicht ziehen sie sich nahe, vielleicht wollen sie jetzt die Flaggen holen. Oh, das hat gerade mal zuerst. Okay, komm, aus. Ja, ja. Aus mit der, was? Tobi, die AA ist schon draußen auf dem Weg nach Alpha. Dass wir die Feta-Bread-Punkte kriegen. Die kümmern uns umso. Oh, der macht mich jetzt. Delta gehört uns. Oh, der kriegt schon auf uns. Oh, drei Panzer auf Delta. Drei Panzer auf Delta, Achtung! Die haben wir nicht gekriegt. Ich glaube, die haben unsere... Ah, scheiße, die haben die Scout-Head-Lieber-Ch Gate. Die kommen in Zieb-Burm. Die kommen in Zieb-Burm, die kommen in Zieb-Burm. Wir sind die ersten bei elf. Sukkret wollt ihr Arzt aufrichten. Habt ihr den nicht bekommen auf C? War noch mal vor, in Phase, dann kann ich markieren. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Bin nicht zu weit vorne bin. Den Nennen von Flak Range deswegen. Ja, genau. Aber so weiß. Ist markiert. Ich hab den Kanser haben. Ich markier den Attack, nein ja, der Attack fügt weg. Ist wieder montiert. Fahrer direkt vor dir hier. Attack Shad kommt. Oh komm ich fass hier hin. Ah da. Komm wieder rein. Tobi lasst euch nicht von dem Attack Heli sehen. Sieht doch schon mal sehr schön aus. Kein Tank markiert. Trabu auf dem Weg nach Fox Fort. Achtung. Attack Heli ist down. Sehr schön. Panzer bei Charlie. Bei Panzer bei Charlie. Ja. Der Scout geht hier auf uns. Der Scout hat schon 30. Müsste gleich da sein. Okay. Bin online. Mit meine Maus hier steht. Box Fort zieht. Hit, 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 hit. Scout kommt wieder zu uns. Ich fahr mal an dir weiter runter. Scout ist selber. Charlie verloren. Ja, Charlie ist deren. Scout fassern. Ich fahr nicht dran. Ich fahr nicht dran. Ein Scout down. Nice. Was ist mit unserem Attack Heli hier? Tobi, was ist mit der AA? Mach das Scheißteil erstmal weg. Das Scheiß-Din-Shit in der Red Zone in der Base. Da kommen wir Scheiße dran. Okay. Okay. Toll. Ich fahr auf... Oh, okay. Attack Check versucht's grad. Wir haben ein Problem am Bravo. Wir brauchen Tank-Unterstützen am Bravo. Der fliegt da nicht hinterher. Der ist schon a la V, der hat Nummer 4. Ja, ich weiß, ich weiß. Der ist eigentlich schon... Dahinter ist ne Inf. Pass auf, die ist ganz weit weg. Info's down. Und nicht Missile, Alter. Noch einen. Bitte, wir brauchen Luft-Unterstützung an Alpha Bravo. Luft-Unterstützung an Alpha Bravo. Wenn nötig. Ja, mach mal Unterstützung bei Alpha Bravo. Luft-Unterstützung mit Heli-Rot in die Panther-Wegs. Und nach Alpha. Kobalt auch mal nach Alpha hoch. Ja, ich geh nicht. Ja, schon. Und hier... Halt auf, was mich saugt gerade. Wir brauchen unseren Kampf-Heli bei uns. Weißt schon, was er tut. Irgendwas haben wir zerstört. Verhintel zerstört. Der Panzer ist wohl down. Alpha... Die... Die erste... Die erste... Okay, lass an. Okay, lass an. Jetzt müssen wir gerade. Tank ist davon. Was ist denn das für eine Scheiße? Du steigst aus dem Gunship aus und stirbst? Hm... Sehr miese Tour. Aber läuft hier schon mal ganz gut von den Tickets. Die Stealth ist oben so feindlicher. Kann sich... Ja, ich bin auch da. Der andere Tank sei eh wieder zurück. Weil ich da. Phase, komm her. Ich aber rede dich. Oh fuck. Ah, zu spät. Scheiße. Little Bird ist auf Weg zu Alpha. Fuck. Hab ich angeschossen. Hab ihn. Ja. Wir haben auch gut zersäbelt. Die AA zersäbelt mich. Kommt jetzt ein Panzer zur Echo? Oh oh. Ich glaub das mit dem... Aktion wird nichts mehr mit der... Ah... Da kann einer aus dem Tag... Man wird's ausschauen. Und dann... Okay. Tank ist markiert. Fährt unter der Brücke lang zur AA. Tobi, wie sieht's mit der AA aus? Kommt ihr da nochmal ran? Ja, bleib mal schnell weg hier. Komm schnell weg hier. Komm schnell rein, schnell rein. Oder ist das? Ist das da? Wir sehen sie dazu halt noch nicht mal. Hab nichts gesagt. Defeat chief zu euch. Trabo. Der ist gehittet. Trabo down. Tank direkt neben mir hier. Abo zieht. Ui. LRV. Noch ein Treff, LRV. Bist du jetzt gerade hier nicht spielen? Nice, 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 nice. Hab Spaß. Der Tank hier wird repariert. Hat ein Hit. Ja, ja. Tobi, die AA ist wieder aus. Was war das gerade? Ja, wir wurden getroffen. Weil der ECM nicht funktioniert hat. Und dann wollen wir gegen Steingraben. Oh, sorry. Zu viel, zu viel. Wieder ein Tank zu Echo. Da waren wir nie mehr. Zwei Tanks bei Echo. Zwei Tanks bei Echo. Okay, das ist doch zu nah an der A dran. Und ganz viel Infantrieb. Die Anti-A ist platt. Die Ratterie noch gesetzt ist. Anti-A ist platt. Anti-A ist platt. What? Oh, die AA ist ja gar nicht platt. Bleib bloß vor dem Sykes weg, Brian. Ja, Tobi hat mir gerade durchgegeben, die AA ist platt. Ich flieg rüber. Okay, sorry. Wir wurden gesehen, geh weg. Kann das sein, dass unsere Viper gar nicht benutzt wird? Die ist für Kobalt, für dich vorgesehen. Ihr seid Pfeifen. Ich hab euch doch gesagt. Du hast zu mir gesagt, guck mal bei der Scout. Was kann ich mir sagen? Wir machen beide Scout. Jetzt mal ernsthaft. Ja, aber... Guck mal ins Forum. Attach.com. Okay. Alter, Evi machen wir hier gerade ganz schön lang, ne? Komm wieder ran. Ich muss hier weg. Da versche ich mich. Die A-Fox-Rack wird zogen. Ich bin bei Charlie, falls du mich auch nennen willst. Die haben das ganz schön besetzt. Tank ist geplated. Komm wieder ran. Komm wieder ran. Komm wieder ran. Zwei Squats, wir sind bei Foxford unten drin. Zwei Dreier-Squats. Der ist ausgestiegen. Ja, der müsste gleich los sein. Und ein Tank. Der ist da. Panzer vor 10. Kann ich ein Tank aus der Base holen? Unbesetzt. Den links oben kannst du dir nehmen. Spawn schnell bei G, dass das nicht fällt. Der links von uns ist an. G, ich komm nach nebenhin mit dem Scout. Wer ist мое an der Eker? Der ist noch mal in der Eker. Da ist ein Jet oben. Ja. Pass auf, Dish. Lass raus, jetzt müssen wir ran. Raff dir weg. Wer ich auch? Der schmiert ab, glaube ich. Jut, ist down. Da kann irgendjemand auf dem Splat steigen. Oben bei Alpha ist ein BIRD angezeigt auf der Minimap. Vor Alpha noch. Ja der ist aber über deren AA. Ich merke hier den Panzer auf F und zieht sich zurück. Alter Sykes, das kann doch nicht wahr sein, dass der immer auf mich losgeht. Ja, ich bleib ganz weit weg von der Angebungseite. Der erste Panzer, APS aktiviert, war auf Alpha direkt auf der Fange. Was ist die Scheiße? Oh, da steht ein Tank. Schnell ab. WTF? Kann er noch mal kurz rausgehen. Oh, Panzer bei Dings. Ich bin schon wieder auf 55. LAV auf dem Foxtrot. Hat der APS gehockt. Gunship, Gunship, Gunship. AA ist auch bei Alpha-Frabo in der Nähe. Gunship da. Gunship ist weg. Delta zieht. Delta. Delta zieht. Delta zieht. Dann fahren wir mal bei Delta mit. Da war der Tanklauf. Und aufgehen. Meiner hat die Antille. Naja, kein Tanklauf. Gustav zieht da auf. Gustav zieht da auf. Gustav zieht da auf. Wärmsumich, Wärmsumich rein. Wärmsumich rein? Wärmsumich ein? Wärmsumich ein? Wärmsumich, Wärmsumich. Ich habe zwei bei Golf. Bitte nochmal. Hab zwei bei Golf. Oh, LRV bei Golf. Äh, LRV sitzt bei Golf gleich. Ich hab noch mein Tod. So, post tested. Dann habe ich markiert das LRV. LPS zu weit, mein Freund. Kommt her, Leute will nicht. Autos markiert. Hits down. No, no, no. Wo ist die AE? Nee, die ist sehr weit vorne. Na, Ernst, was das? 20 auf den Attack-Jug. 7 auf den Attack-Jug. Da darf man echt nicht rüberfliehen. Äh, Faser, sollen wir nochmal auf E pushen? Ja. Oben rechts. So, rechts. Rechts ist Infanterie. Egal. Charlie, Charlie zieht. Ach. Links von uns ist doch Tom. Jet, komm. Ah, ja. Jet, hab's Hans. Jetzt hab ich ihn. Der hat kein APS mehr, Kibi. Muss er umdrehen. Gut. Achtung, Panzer kommt auf unsere Arte direkt zu. Ja, Sykes hat mich schon wieder. Tobi, was ist nun los mit der AE? Weg oder nicht weg? Ist nicht weg, wir scheuchen sie immer nur. Sie haut den Redstone ab und dann kommen wir nicht mehr dran. Ich fahn. Müsst ihr da mal drei U-Cats gleichzeitig drauf zu machen? Danke. Die Base-AA zerlegt die Dinger. NASH. Nein, dat, ihr Jett. Wart grad noch. Transport-Heli zu AB, glaub ich. Ja, auf dem Weg zu Golf, denk ich mal. Ja, der geht zu Golf. Ich mach mal defensiv, weil Charly ist nicht mehr unsere Flagge. Ne, ähm, ich bin hier verpackiert bei Charly. Ich bin hier verpackiert bei Charly. Ich bin hier verpackiert. Ich bin hier verpackiert. Huch! Hey, wir sind gerade in uns. Ähm, Jensemon, hast du da ein Tank noch? Ja, ich renne einen. Ich hab dir gerade ein LAV geklaut. Dankeschön. Wo bist du? Ja, ein C4 Jeep. Ah, da, lass uns tauchen. Der Jet ist da und hab ich abgeschossen. Ey, komm! Ich krieg die nicht weg. Achtung, sie. Sollen wir tauschen? Ja, ja, du bist doch damit besser. Weil das der feindlich ist. Oh, ne, steig um. Oh, ist der Jet schon wieder mit dran? Hat bekommen von mir. 61, bitte drücken wir in Base. Fernsehen, warte mal. Es braucht hier nichts für Echo. Ganz rück ab. Ist das unser? Ist das unser ganz schön? Nice. Warte ab. Ja, ist unser. Markieren nochmal. Ist das markiert? Ja, ja, ja. Mit Material auf dem... Ah, APS. Ja, ja, ja. Ach, Fernand hat mich gericht. Ich bin zersagt worden vom Chat. Ui, massiv Panzer. Ja, kannst du den Safe-Chat nehmen wenn du willst. Ich bin gerade im Tank unterwegs. Hey, ich stehe jetzt nicht weit außerhalb der Base. Wir müssen sie jetzt holen. Ja, lass mal ein bisschen zu uns kommen. Das ist jetzt losgekommen. Lass durch ein bisschen Echo. Panzer direkt in der Flagge. Flagge bei Echo. Wo Deo, wo Deo? Braucht jemand irgendwo Luftunterstützung? Bei ich nicht. Okay. Okay. Wicke. Mit Helm. Na gut, Echo ist ein bisschen sehr weit vor der Base für mich. Ja. Ach, das war ein Kloch. Das sieht gut. Der Fahrer links von uns. C4-Jeep. Ja, ja. Seilste. Ah, fuck. Der ist auf. Ich und Tank fahren. Das geht gar nicht. Okay. Der wollte da. Zu den Jungs hier oben. Ah, du bist ausgerechnet. Hier ist ein Jeep bei Bravo. Geh in den Stealth. Nach C4 aus. Ja. Fuck. Ja, ich hab Charlie-Scout verloren. Ja, kann man am besten machen. Ich will. Jop. Z. Mit Beginner wie Bravo wiederbekommen. Das wir Poes in der Stadt haben. Warte, muss sie sagen. Alter, ich bin Optimismus. Ich bin Optimismus. Ja bitte. Geht mal Plus von Nova Bravo. Hoop. Oh, pass auf. Das ist ein Panzer raus. Das ist ein Panzer raus. Das ist ein Panzer raus zum Zweck. Ja, 18 C4, K kommt. Teil los. Ah, ja, ist schon ausgeschossen. So rechts oben, baußen. Die Schlüsse ist auch einer. Okay, Frau Kuttisch unterwegs. Äh, fliebt zu euch! Ich bin da. Ich bin nicht da. Hallo, ich war hier. Äh, hier, Fahre, brauchen Sie noch Infanterie? Wenn die trifft, lache ich mich tot. BOOM! Ja, na logisch. Der ist schritt vor grad. Okay, Bravo ist unser. Sehr gut. Am Holz reißen ist er. Ich hab diesen Scout hier hinten mal richtig malträtiert gehabt. Ding auf, Bravo. Dankeschön. Das ist, Chat. Wir sind bei deren Mainbase rum, lass auf. Ah, ich bin schon wieder auf 22 nach unten geschossen. Ist einfach Wahnsinn, du kannst nix machen mit den Jets. Er kommt glaub ich jetzt. Er kommt. Äh, sollen wir vielleicht mal um das Scout hier drücken? Scheiße, der hat mich. Kannst nix machen, ich kann nicht fliegen. So, ich, ich repariere? Ja, repariere. Oh, warte, jetzt stehst du ein bisschen doof hier, wa? Geht's live, komm her. Oh, ich wurde ziviert. Wir haben Alpha, sehr ehrlich. Wir spottet den Chat, den Chat spottet. Den Chat spottet. Der ist im Drainbase disabled. Okay, ist gespottet. Mein einzige Chance. Der ist noch weiter weg, der ist noch weiter weg. Komm, 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 komm. Ja, pfff. Ich schieße nur hinter ihn. Tiefer, 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 tiefer. Jetzt rede er ab. Er kommt hinterher wieder. Komm, das ist der von einem reißen von mir. Servus, ja. Verlegt. Ja. Ich hab jetzt fast angehalten über dem Drainbase. Das ist so ne Bischt. Der Tank Heli geht auf den Alpha. Okay, tritt ab. Den hab ich erst schon einmal geschossen. Da steht auch in der... Los, Leute, macht weiter so. Base-Vape ist auch mal was Schönes. Ja, kann ja. Die FH steht bei dem Kampf Heli. Steig ein, steig ein, steig ein. Da kommt ein C4K. Hab ich, hab ich das C4K. Was ist mit den Fahrzeugen aus der Base? Wir haben wieder Tank und Heli. Ach ja, Jockel. Ich hab schon zusammengeschossen. An die Squad Leader, denkt dran, eure Fahrzeuge zu besetzen. In der Base stehen zwei Tanks. Hast du ihn, Christian? Ja, und uns. Ey, A schießt aber richtig nervig. Hm. Ja, sagst du was, was er tut? Sag ich schon. Grüß Gott. Da stehen jetzt die C4K unterwegs. Ah, sehr schnell. Gut gesehen. Ich hab einen. Der Kili ist Max hier. Tschüss. Da links zu uns steht noch ein Tank auf dem Feld. Den den Tank Heli kann ich ja nehmen eigentlich, Philipp. Ja, kommt's vorhin. Nimm, 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 nimm. Du willst jetzt den nicht vernehmen. Ja, also ich weg. Okay. Ah. Leidjet ist da. Können wir mal tauschen? Philipp, hauen. Wenn du willst. Ja, vielleicht fangst du mir mal über den Tank Jet. Scheiße, das ist relativ groß gerade. Ja, Philipp, hauen. Langsam, was wir grad tun. C4G. C4G. Ah, komm, ein C4 Auto unterwegs. Alter, krieg ich die auf die Fresse gerade. Ach, das ist der, der? Ja. Ach, sorry. Sorry, Mann. Oh, scheiße. Fuck, Alter. Aber ne, ich glaub der C4G ist down. Ja, zack. Na, hast du auch grad voll vor die Fresse bekommen? Ja, voll, ja. Der sieht den Stave-Jet nur. Bssst. Erstmal draufhauen. Okay. Kann sein. Bravo, Alpha Bravo. Ja, der kriegt schon, der kriegt schon. Der hol ich mir. Ach, ich hab Feuer. Ja, lass schon. Der, 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 der. Sehr gut. Der hinter euch, hinter uns hängt. Der ist vorangegangen. Das ist der, der. Hab's ihr. Ja. Ich hab mir ordentlich einen mitgegeben. Dino, du kannst schon kurz schrauben, bitte. Ganz viele Infys stehen da rum, wo du... Ja, gesehen. Ich steh hinter dir, ne? Ist das ein schönes Ergebnis. Guckt euch das an. Charlie, die Immobilier hat einen Treffer gekriegt. Hatten. Vorsicht. Oh, okay. Schade. Boom, hat noch einen. Oh, jetzt zieht sie mich. Fuck, ich war falsch... Falsch gelasert war das Ding. Der Panzer war gelasert, der nebendran stand. Ich bin nicht abgelegt für Sinn. Ja, ich bin weg. Aber, aber, aber! Komm, 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 komm! Schlag rein! Ja, das ist so witzlos mit dem Ding momentan. Ja... Ja... Ah, der Scout ist da. E und F. 900 zu 0! Alter! Vor allen Dingen, er ist als HPT markiert. Immer bei Charlie mit raus. Ja... Ah, das ist mit dem Ding gegangen. Ach, hier vorne ist ein Tank. Ach, hier vorne ist ein Tank. Ach, ich darf ihn nicht mal machen. Tank! Mache! Der hat 40 dran, der Tank. Lass den ruhig pushen. Solange der keine Website ist. J-Dams, Achtung! Und der Tank ist da. Ist loll. Ich hab die J-Dams... Jet down! Äh... Ganz schön. Der Transportfilet ist wieder ganz an der Seite von Elfo. J-Dams wieder! Ja! Ja! Jetzt links rum! Wo ist er hin? Oh, ist die Boah dahin! Ach, komm! Ja, Leute! Das ist doch mal ein sehr interessantes Ergebnis! So muss das gleich nochmal laufen und dann... sind die eh am Boden zerstört! Oh, ich hätte Cobalt, wir hätten die gleichen Scout. Ich hatte eigentlich sogar ein Zu-Drei, aber im Endscreen bin ich noch. Ich hab noch 10! Ich bin über Gegner floggen. Oh, 6 Minuten Pause! Das war ja hier ein Spaziergang gerade! Sehr schön! Hahaha!